Ich denke, wir sollten, bevor wir uns jetzt den ganzen Song nacktun, einen kleinen Test machen, was denkst du? Okay, also. Und bitte. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab den eh auf dem Kicker, du musst den nicht verpfeifen. Was meinst du, ihr reicht das? Ich glaub, das geht besser. Cutters waren super, also klärt ihr das unter anderem? Ich kenn mal einen Trick.